Am letzten Tag gehen wir noch mal ins Champanei und zwar gibt es da Frühstück und das werden wir uns jetzt mal einverleiben mit einer Tasse Kaffee bzw. Cappuccino. Das zeigen wir euch natürlich. Frühstück im Champanei und guckt euch doch mal bitte diese Etagere mit dieser Auswahl an, an lecker essen. Du bist nicht ganz drauf, Vera, keine Angst. Sieht das nicht super lecker aus? Frisch gepressten O-Saft haben wir bekommen und einen Cappuccino, von dem Amy schon Mehlschäumchen gegessen hat. Eine Auswahl an Brötchen und Brot. Das sieht sehr, sehr lecker aus. Sag mal was. Hallo und guten Appetit. Im Essen, also im Nachtisch. Im Frühstücksdessert war ein Blaubärchen. Schau mal. Ah, da siehst du nichts. Mach mal von deiner Seite aus. Nein, das geht besser. Papa, Blaubärchen. Blaubärchen. Blaubärchen sind sehr schön. Das Frühstück ist zu Ende. War super lecker. Wir haben auch noch Fotos gemacht zusätzlich zu unserem Kurs und Filmchen. Ja, und was machen wir? Abfahrt. Na, Norderney in der Landessprache heißt Nörderney. In der Landessprache ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt im nordischen, nörderneyischen Dialekt. Jetzt müssen wir ans Terminal. Kann ich das filmen? Ja, klar. Kartenkontrolle. Kartenkontrolle. Wir haben unsere Kurtaxe gezahlt. Wir sind safe. Wir dürfen überfahren. Ich hoffe auch. Amy musste keinen Kurtaxe bezahlen. Hund war frei. Nur Michel und Eva mussten zahlen. Moin. Moin. Dein Hund. Jawoll. Richtig. Moin. Okay. Danke. Tschüss. Jupp. Wir sind safe. Wir haben gezahlt und dürfen uns jetzt in die 6 einreihen. Und das sieht aus, als wären wir schon auf dem nächsten Schiff, oder? Ja. Auf dem nächsten Fähre-Schiff ist das ja nicht. Für uns sind Vera und Michael. Aus Hamburg. Aus Hamburg. Mit denen fahren wir oft in Urlaub. Das ist immer lustig. Ganz liebe Freunde von uns. Ist immer sehr schön. Ja. Haben wir durch James Last vor vielen Jahren kennengelernt und fahren mit denen in Urlaub zusammen. Ist immer lustig. Haben immer viel Spaß. Genau. Ja. So, das ging alles automatisch. Wahrscheinlich über Kennzeichen. Klar. In der heutigen Zeit der Technologie passt das. Juhu. Jetzt stehen wir am Hafen. Rechts ist das Meer. Die Sonne glitzert hinein. Da ist das Meer. Du siehst es. Sieht man es glitzern auf der Kamera? Ich weiß es nicht. Im Live glitzert es auf jeden Fall schön. Das sieht man aber nicht durch das kleine Monitorchen. Da ist die Amy. Die denkt auch schon so. Und wir fahren gleich auf die Fähre. Wir melden uns dann wieder. Okay. Bis später. Hallo. 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 Liebe, Frau Gäste, herzlich willkommen hier auf der Führungskraft. Wir haben ein Fahrt vor Ort mit einem Ort, ein. Wir haben einen Rundgang für Licht, wie es wir haben. Auf den Führungskraft angekommen, und wir haben wieder mit dem Führungskraft weiter. Wir haben ein Rundgang mit dem Führungskraft. Für alle Führungskraft, die auf den Führungskraft sind, den Gaggen legen und den Alarm ausstellen. Wir möchten jetzt mal eine angenehme Vorfahrung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 5x9 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nächste Fahrt rückwärts. Nächste Fahrt rückwärts. Nächste Fahrt rückwärts. Nächste Fahrt rückwärts. Rischkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkoschkos Guck mal, da. Guck mal, da. Läschen möchte ich nicht. Schwankt auch aber weniger. Ja, guck mal. Ist jetzt wieder besser, ist wieder mehr See. Wir sind jetzt im Bordrestaurant. Wir haben noch einen Fensterplatz ergattert. Michel fährt rückwärts, wir können auch tauschen, wenn du möchtest. Ich fahr vorwerfen. Guck, der leuchte am besten. Ganz hinten rechts. Hinten rechts. Da hinten am Festland ist ein riesiger Windpark. Man sieht jetzt nur einen Bruchteil der Windräder. Hans ist erstreckt sich ganz darüber. Amy ist jetzt wieder etwas ruhiger. Hier im Café, da spürt man die Wellengänge nicht so stark. Oben hatte sie einfach zu viel Angst, deswegen konnten wir da nicht bleiben. Da vorne drehen ein bisschen noch mehr. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Es geht wieder. Hier ist schon sehr ruhig. Hier ist ja auch re休misch. Da sind ja nicht so großartig. Das ist jetzt wirklich gut. Das ist cool, nicht so vorhin. Bis zum nächsten Mal. 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 Und wenn man dann Tee drüber schüttet, dann knistern die so ein bisschen. Geht mal ein ganz gemütliches Knistern von sich. Ich hoffe mal. Ich weiß nicht, ob man das Knistern jetzt so hört. Also wenn wir mal zu Hause kommen. Hier ist auch schön. Alles gut. Ich höre es ganz lauer und deutlich. Moment, Moment. Ich muss uns vielleicht mal anstupsen. Vielleicht funktioniert es denn nur beim Friesentee. Wir probieren es gleich mal. Zweiter Versuch. Erst die Klunte. Die Knistern. Die Knistern. Deine Hand habe ich im Weg. So. So. Dann den Tee. Schönen. Und jetzt einfach warten. Oh. Gut, ne? Und jetzt einfach warten. Oh. Ja. Und jetzt einfach warten. Und jetzt einfach warten. Gut, ne? Und jetzt nicht rühren. Genau, nicht rühren. Nicht rühren. Hat ja geklappt, ne? Bis jetzt, ja. Wir sind jetzt hier in Fretzil am Hafen. Wie ihr seht, ist die Hölle los. Wahrscheinlich auch, weil es Samstag ist. Und es ist echt ein super süßes, kleines Örtchen. Mit süßen Häuschen. Wir zeigen euch auch noch Rückblicke aus den letzten Jahren, weil hier ist gerade einfach zu viel los zum Filmen. Musik 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 Amen. 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 Wir haben das Gefühl, ein bisschen länger aufrechtzuhalten. Gönnen wir uns ein leckeres Pipsbrötchen. Oh, zeig mal her. Lachsbrötchen. Das riecht. Das sieht auch gut aus. Okay. So ist gut. Oha. Yum, yum. Wir stehen jetzt hier auf irgendeinem Parkplatz. Oh, genau. Irgendwo in der Walachei. Eben haben wir noch Glück gehabt. Was ist los, Amy? Keine Ahnung. An einer ziemlich starken Gewitterfront entronnen. Da werden wir noch ein Bild so reinstellen. Nachher im Vlog. Oh. Ne, sie will aussteigen. Wir steigen nicht aus. Keine gute Idee. Mein Brötchen? Dein Brötchen. Oh, mit Zwiebeln. Oh, lecker. Mach mal einen Biss rein und sag, ob's gut ist. Oh Gott, ja. Amy kriegt ein Stück Lachs. Ja. Hm. Hm. Nicht nach Nordsee-Urlaub. Hm. Na ja, ich würd sagen, ich gönn mir das jetzt auch mal. Mhm. Und, jo, bis später vielleicht noch. So, jetzt Einfahrt in Geroldstein. Nach knapp sechs Stunden Fahrt und fast 500 Kilometern sind wir jetzt müde. Genau. Statt des Mineralwasser. Ja, zuhause. Ehrostein, Rheinland-Pfalz, Eifel. Richtig. Hat uns wider. Ich bin müde. Wir sind alle müde. Nach 500 Kilometer Laufwasser. Man muss dazu sagen. Ja, wir hatten halt keine großen Stau. Stock mit dem Verkehr. Nichts dergleichen. Weder in dem Ballungszentrum in NRW, im Ruhrgebiet und solche Dinge. Auch nicht in Köln, Leverkusen, wo auch mal solche Dinge sind. Nirgendwo die 31 von Emden, Horus E, Lasch zu fahren. Und die Eifel Autobahn Richtung Trier. So oder so. Also heißt, bye bye Nye und willkommen in Geroldstein. Geroldstein. Also, falls ihr alle Vlogs angeschaut habt, vielen, vielen Dank. Bitte lasst uns auch sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Da würden wir uns freuen. Das wäre sehr, sehr schön. Wir danken euch. Huckuck. Bis dann. Tschüss. Gute Nacht.